Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wisst ihr, irgendwann steht man vor der Entscheidung, ob man sich sein Leben versauen lässt von seinen Ängsten und Vorwürfen und weil man irgendwie drei Arschlöchern begegnet ist? Oder ob man es einfach mal wegpackt? Leiter hat nichts falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Scheiße passiert. So erschreckend einfach ist es. Danke. Danke. Viel Spaß noch, ja? Was ist denn los? Was würdest du sagen, wenn diese Typen geschnappt würden? Ich will mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Ich habe ihn getroffen. Und dann bin ich ihm nachgegangen. Versprich mir, dass du diesen Typen in Ruhe lassen wirst. Wir haben es schon mal geschafft, den zu vergessen. Wir kriegen das auch ein zweites Mal hin. Weißt du, du kommst mir vor wie so ein Kater, der mir so eine tote Maus vor die Füße legt und stolz wie Bolle ist, dass er was geleistet hat. Hätte ich dir nie davon erzählen sollen, oder was? Ja, zum Beispiel. Das hätte doch mal Eier gehabt. Warum? Warum hast du das gemacht? Du müsst ihr habt. Dann fallen. Da tror ichmayın, bitte.